Direkt zu den Birken, du weißt. Ja, ich weiß, was es geht. So, 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, go. Habt ihr den Block? Ja, ich bin relativ gut da. Man verliert verdammt viel Essen. Lebby ist tot. Ne, ne, ich soll nicht. Stand da grad. Ja, aber Slash Me. Das Holz droppt mir nicht. Jetzt erst. Alter, das Holz. Es backt, es backt, es backt. Warte, ich kann gleich craften. Boah. Alter, das backt mir so sehr alles. Hier, Bergwand steht da. Ich schau mich schon um. Da. Äh. Los nach hinten, einfach nach hinten. Keiner will kämpfen wenn es leckt. Ohne willst einfach loslaufen. Und, äh. Ja. Ne, aber vielleicht nicht mehr jumpen. Also halt nur noch sprinten. Aber sprinten auch. Ja. Können wir machen. Äh, Dings Corny ist tot. Oh Gott, Alter. Es leckt halt, ne? Es leckt halt, ne? Eigentlich, eigentlich sollte es schon was. Äh, Border. Das ist ein Border. Was? Als ob die so klein ist. Alter. Das mit dem Essen ist halt wirklich ein Problem. Ich hab auch noch was reingetragen. Äh, Dings, äh, Ackersenf, ne? Der war neben uns. Ja, Dommes war auch neben uns. Aber warum ist die Border bitte schön rund? Was ist da? Da, Ofen. Da vorne ist ein Ofen. Da vorne ist ein Ofen. Domme, Domme. Nein, wir gehen da nicht hin. Bleib hier. Domme, Domme. Und wir wollen nicht campen, oder? Bei denen, Lex? Ganz ehrlich, ne. Lass uns hier einbauen, bitte. Weil die haben auch Steinschwerter. 100 pro. Kannst du hier abbauen, bitte? Schnell. Wir müssen unbedingt da rein. Wenn die jetzt gleich kommen sind, wir am Arsch. Ähm. Bau hinter mir dann wieder bitte mit Dirt zu. Ja, geh schnell rein. Ohne Witz. Und dann bewegen wir uns die ganze restliche Folge nicht mehr. Ich seh da oben Namen. Jastan und Domme. Da. Eisen. Und Lava. Ich nehme Gravel und baue hinter uns wieder zu. Ja, mach das. Man kann ja nie wissen. Das ist nicht mal so schlecht. Hier ist ne Hülle. Okay, lass runter. Lass runter. Drei, zwei, eins. Runter. Da ist übrigens eine Spinne. Da. Ja, Kilsi. Bin Fan. Junge ey, das ist jetzt lucky, dass wir so richtig viele Schweine gefunden haben. Das ist eigentlich normal. Ja, moine. Jetzt sammeln wir Pilze. Ich komm mir so vor, als würde ich HG spielen. Ja, okay. Ja, dann mach. Dann mach einfach. Ja, dann mach's. Ich brauche hier gleich mit Erde zu. Ich hoffe, das funktioniert. Und hoffen wir ein bisschen auf Mining-Lack. Okay. Was denn? Juckers. Komm her. Komm her. Oh. Alles klar läuft. Direkt erst mal Pappelk abgebaut. Die hat Dias gefunden. Ja. So ist das nett. Aua. Minenschacht. Ja. Als ob. Hatten wir bei der Übung auch, ne? Ja. Davon. Ja. Nichts allzu krasses. Ne, ich auch nicht. Obwohl ein Sattel dürfen wir nicht, ne? Ne. Aber ich kann ein Brot bauen. Ähm, Dias. Du weißt, da bist du dran vorbei. Aber ich bin einfach flüber gelaufen. Guck mal, ob die Höhle hier noch irgendwie weitergeht. Wenn nicht, brauche ich einfach einen Sprintmeingang. Jo, klar. Was? Wie viel Eisen hast du noch? So auf Tasche? Äh, 57. Äh, gebraten oder nicht? Nicht gebraten. Gebraten vor allem. Ja. War halt günstig. Ja, kostet halt nur 3 Level. Dias, Dias. Ja. Nice. Ja, nice. Viele. Das sind viele. Ja. Das sind richtig viele. Das ist nach der Quelle. Ja, voilà. 9, 9. Das war 9. Alter, als ob. Nice. Alter, ich hab jetzt 15 Dias. Ne, ich schreib jetzt nichts. Ja, schon. Ähm. Mit was stecke ich mich dann hoch? Ich hab gar nichts zum hochstecken. Ich bin gar nicht hoch. Ich brauche einfach so ne Treppe. Fight. Nein, nicht fight. Steck nichts. Why not? Why not? Lass, lass einfach mal wirklich zum spawnen. Lass einfach mal zum spawnen. Auf direkten Weg jetzt einfach. Komm. Wenn die da sind, dann fighten wir. Wir haben ein gutes Equip. Also, dass die besseres Equip haben. Lass hier jetzt ganz langsam. Und ganz gut gucken. Weil wir haben keine Ahnung, wo die genau sind. Die haben da, da oben hat sie so einen Turm. Ich hab das Gefühl, aber die sind überhaupt nicht hier. Selbst wenn, dann ist das ziemlich egal. Ist die Render Distance immer noch so mega klein? Ja, ich glaub schon. Aber ich trau mich jetzt nicht in die Ahnung zu gehen. Äh, da oben ist ein Schild. Da ist ne Chest. Was steht da drauf? Ich kann's nur momentan noch nicht lesen. Guck einfach mal schön. Was machen die hier überhaupt? Das ist voll unproduktiv. Das ist egal. Ohpala. Das ist von Astra und Habgu. Komm, lass, lass einfach zum Spawn. Und jetzt? Aufpassen, dass wir keine Fallen sind. Und da will ich hier in der Team-Chess bauen. Ähm. Keine Ahnung. Bei irgendeinem. Ich brauch halt Creeper. Bevor es Tag wird. Das ist jetzt noch ganz wichtig. Noch gebratenes Eisen. Naja. 18 Stück. Wie brauchst du? Äh, zwei Cauldrons machen, bitte. Okay. Nimm. Nimm einfach. Geh mal auf die Spinne. Okay. Meinen sind weggepackt. Das ist ein Platz im Inventar, kann ich schaden. Hier waren schon Leute. Hier sind Zombies. Jo. Also normale Zombies. Dann lass einfach mal das hier alles abbauen. Also das hier, was hier alles ist. Das Ziel ist, dass er in diese Range hier stirbt. Das sind fünf. Ich hoffe, die Bier ist nicht zu durch. Jo. Wie fühlt es mir so? Ja. Du armer. Jetzt haben wir Glück und sind 45 Minuten alleine. Das wär natürlich mega krass. Also das wär... Ich hab das Gefühl, dass Flo und Luke noch nachher kommen. Bauen wir gleich ein paar Pfeile, weil ich hab noch drei Flint und noch ein paar Federn. Kann ich schon mal ordentlich Pfeile rausbauen. Check. Ach, äh, Dings. Kannst du mir noch ein FNs machen? Das brauch ich nämlich noch. Ja, hä? Aber hier geht's nirgendwo wieder runter. Die waren ein bisschen hier lang. Guck mal. Ja. Guck mal. Ich hab echt Angst. Ich will jetzt nicht viel stehen gehen. Oder ein Fallschaden sterben oder so. Ja, das wär scheiße. Das stimmt. Passe den Nähter. Der ist mir viel zu gefährlich. Ja, guuuut. Die Pfeile sollte ich vielleicht auch noch scharf machen, ne? Ich bin so ein Idiot. Ich hab grad wie ein German-1-Like-O-3-Blocke über Lava hinweg gesprungen. Aber das ist leider nicht ganz der Fall. Kannst du mal verspannen? Genau. Tun wir schon hin. Ja, ganz ehrlich, das wär ein bisschen... A-Krass. Ich hab gleich Scharf 4, wenn's gut läuft. Ich hab schon Scharf 4. Aber Lava sind leider nix spezielles. Also kann es gut sein, dass man den Block auch so abbaut. Auch wenn man die Lava hört. Weil, wie gesagt, Lava ist im Nether nix spezielles. Da passiert sowas schon gerne mal. Kannst du besser von Hand abbauen? Trinkt das irgendwas? Ich hab übrigens einen Apfel. Nein. Mach das nicht. Einen Apfel hab ich schon mal. Nice. Gestern war mehr los. Alter, guck mal bei den Tappen, Junge. Ich seh dich, aber ich komm zu dir. Ja, nice. Ja, auf jeden Fall, weil die werden ja gleich gekickt. Also, da ist noch ein Apfel. Ja. Wenn die gekickt werden, dann sind noch Dennis, Hannes, Rippchen und Vf1 drauf. Da hab ich schon ein bisschen weniger Angst. Da ist auch nichts für. Ja, klar. Das schon. Das weiß ich mir nicht. Ja, schnell gehen wir raus. Hier ist noch einer. Jawoll. Wir sind voll. Dann lass jetzt dann einfach... Wir würden sagen, jetzt wollten wir wirklich netter XP fahren, ne? Ja, genau. Wir gucken, ob unsere Falle ausgelöst wird. Ich glaub aber nicht. Ne. Warte mal. Du brauchst jetzt noch so viele. Dann haben wir jetzt beide acht. Ich hab Verbrennung nochmals. Ich hab nochmals Verbrennung. Ja. Zack, zack. Verbrennung. Ja. Jawoll. Ganz normal. So ist gut. Mit Haltbarkeit. Kannst du schon? Ja. Kann ich mir jetzt machen. Und mit Verbrennung raufmachen kostet 19 Level. Boah. Alter. Ähm. Ich bug immer noch im Block. Ähm. Ich bug im Block. Ich möchte im Block unter mir aber nicht abbauen. Dann sag mal die Cordis. Kann ich vielleicht rausbauen. Ich möchte halt im Block unter mir nicht abbauen. Weil das ist halt riskant. Wenn ich dann im Lava falle. Warte mal. Ich seh dich. Boah ja. Kann ich einen unter dir setzen? Kommst du doch nicht raus? Ne. Ist gut so jetzt. Ich hab geguckt ob unter mir noch ein Block ist mit der fünf Verbrennung. Eins. Schwert. Nice. Wir sind voll gut dabei was Schwerter angeht. Auf jeden Fall. Und wir wollen. Ey. Wir wollen eigentlich kämpfen. Ja genau. Wir gehen jetzt einfach mal in Richtung Spawn. Allgemein. Da vorne sind ganz viele Öfen. Öfen. Kisten. Lass gucken was da ist. Aber keine Kiste öffnen. Da ist ne Team Chess in der Luft. Da hat sich jemand unsere Idee aufgeklaut. Ey. Hä. Was ist das? Ganz ehrlich. Da ist aber keiner ne? Ne. Ich glaube nicht. Lass mal gucken ob da was drin ist oder so. Ne 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 ne. Ne auf keinen Fall. Keine Kiste öffnen. Loll. Loll. Dann ist es tot. Ich glaube nicht. Ja ok komm. Komm lass rein. Außer das ist ne Überraschungseffekt jetzt weg. Lass rein. Los schnell. Es ist gelett. Komm. Block mit nem Schwert. Sieht gut aus. Ja. Wir sind alleine. Oh jetzt. Jetzt. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich. Aber. Es sollte ihm ja doch klar sein. Dass es null null ist oder? Wir können ihn ja. Warte mal. Wir können ihn irgendwo hinlocken. Ich finde das nicht. Oder. Wir können ihn irgendwo hinlocken. Ja. Aber es sollte ihm ja eigentlich klar sein. Dass das null null ist. Schreib es mal hin. Wir können. Lass uns raus gehen. Und warten bis er durchkommt. Das ist doch viel besser. Ja ok. Aber. Wir gehen wieder gleichzeitig durch. Ja. Und blocken wieder. Ich. Ich glaube dieses Level. Diese Level waren vorher noch nicht da. Komm. Drei. Zwei. Eins. Rein. Ja was wir sonst machen könnten wir halt noch in der Falle bauen. Ne. Das kriegen wir zwar jetzt in der Folge nicht mehr hin. Aber. Ne. 368 Sekunden. Da ist Hannes. Da ist Hannes. Loll. Los hinterher. Es laggt. Er laggt. Bist du da? Ja ja. Bin ich. Da wird nicht. Ja doch. Er wird gekickt. Aber. Er geht drauf. Er geht drauf. Muss. Ich muss mich löschen. Ja mach das. Gott. Wir müssen wieder weg. Warte. 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 Komm wieder hin nach. Du bist aus dem Kampf raus. Scheiße. Der würde jetzt gekickt werden. Ich kann gleich nicht mehr rennen. Ich muss essen. Du bist total alleine. Komm wieder. hier. Habe ihn ein Hit. Habe ihn ein Hit. Noch ein Hit down. Nice. Nice. Looten. Looten. Sehr schön. Sehr schön. Oh. Ich geh Schutz. Ich mach dir das kurz. Na gut. Perfekt. Ja. Bitte schön. Wir sind perfekt. Woah. Gott. Komm wieder runter. Ich hab Angst. Nee. Komm. Na nicht. Warum? Was machst du? Ich gucke. Ich gucke. Doch. Er sieht mich. Er wird mich sehen. Ja. Er sieht mich. Komm zurück. Hauen ab. Woah. Was ändert der? Wir kommen. Doch. Hab ich schon. Jetzt ab. Doch. Komm. Wir kommen noch weg. Ganz ehrlich. Komm schnell. Ja. Ich laufe. Ich laufe. Wir müssen einfach nur rennen. Ich glaube von der Distanz her wird das nicht berechnet. Wir müssen nur rennen und hoffen, dass wir nicht vom Bogen oder so getroffen werden. Ja. Alles gut. Ist du hinter mir? Äh. Er hat eine EP auf mich im Wochenen. Ich hörne weg. Ich hörne weg. Ich hörne weg. Nee. Wirst du bei mir? Nee. Das nicht. Ich hörne weg. Ich hörne weg. Ich hörne weg. Du bist so safe. Bist du safe? Nee. Ich bin nicht. Ich werde auch geschossen. Was ist denn? Er wirft nochmals eine EP gegen mich. Ich brenne. Scheiße. Ich kann nicht machen. Er ist überhaupt nicht gewesen. Noch eine EP. Ich hab dich gesehen. Ich weiß nicht. Ich bin nicht. Wirst du mit jemandem. Noch eine EP. Das war auch wichtig. Ja. Ich bin gekid. Ja. Ich kann nicht verstehen. Ich kann nicht. Untertitelung des ZDF, 2020